Hallo Leute, willkommen zurück bei Clash of Clans mit einem üblen Glitch. Ich farme gerade ein bisschen Gold, denkt mir nichts dabei. Und dann passiert uns das hier. Erstens, krasse Aufteilung. Hier hat jemand das Spiel verstanden. Es ist am sinnvollsten, Abwehr und Lager zu trennen. Dadurch kriegt man einen optimalen Flow beim Angreifer hin. Dass er sich freut und das ist ein wahrer Freund der Clasher. So, so weit, so gut. Bis auf diese krasse Base. Ich würde es fast Troll Base nennen. Es ist alles in Ordnung. Jetzt spulen wir aber mal vor und achtet auf die Bogenschützen. Ja, es geht nämlich jetzt gleich los. Das ist ein Glitch der Bogenschützen. Was machen die zwei gleich? Guckt genau hin. Bis hierhin ist noch nichts Spannendes passiert. Alles wie immer. Einer greift nach dem anderen an. Aber ich glaube, jetzt kommt es. Wen müssen... Stopp. Wen wird... Oder wen wird die Gruppe jetzt angreifen? Was ist sinnvoll? Hier einmal die Brauerei von uns. Dieses Lager. Oder das Elixierlager. Nein. Guckt euch die beiden an. Was machen die? Was ist das? Das ist doch mal auf jeden Fall krass, oder? Es gab keinen Grund, da hinzugehen. Und die anderen machen es genauso. Die Gruppe ist absolut wahnsinnig. Okay. Das ist mein Glitch für den Donnerstag. Hoffentlich bringt dieser Glitch... Ist das ein Zeichen, dass wir heute Abend gewinnen werden? Ich bin gespannt. Und alles klar, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.